Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MB2 auf meinem Kanal, Battletime ist am Stizzle, wir spielen Subbase, Search and Destroy, du bist so ein mieser Lügner, ja, ist Battletime, du bist da, nee, ist nicht auf deinem Kanal, sondern auch auf meinem Kanal, auf Samstagskanal, so, David, David, David versus Team gehst du, ich geh spitznass, okay, dann gehst du mir robben, so, ich hab sowieso keine Chance gegen euch, also passt das, wer hab ich denn im Team, ich hab den Yoshi, Captain, was geht ab, ja, jetzt wichsen wir die Wichser weg, jetzt hauen wir sie weg, jetzt wichsen wir die Wichser weg, ich vercamp mich irgendwo hin, und dann passt das, ich bin zwei und zwei echt richtig groß, einer ist hinten bei dem Doppelgebäude, Richtung U-Board-Hanger gelaufen, Jo, da ist der Erste, wo ist der Andere, Infos, bei mir, okay, nein, wo war der, beim Spot, er ist bei Bombe, pass auf das, pass auf die Tür auf rechts, ne, ja, Tür, 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 Fenster, oben, yn, rechts, rechts. Raus stepen, raus stepen, step step step. Step by step by afternoon, step by step by crazy. Oh, Ersteroku palette einfach so richtig. Ach ne, ich bin nicht gemütet, gut. Bei der Aufnahme gemütet? Nein, nein, Diggy dürfte normal laufen, dürfte. Junge, du rennst mit dem Leben raus, bis du geklopft? Ja. Was? Krass, den hätte ich jetzt nicht mehr gesehen können. Ich dachte, der war auch da links gelaufen. Ich dachte, der rennt nach links, aber da ist der da. Ja, deswegen, ich hab den gar nicht gesehen. Egal, die Granate war schick. Ja, war sie. Scheiß auf Sniper, ey, ohne Witz. Ja, Sniper sind hier. Oh, fach, die Intervention sieht so aus. Aber wir konnten auch hinterher mal wieder die M21 raus holen. In der letzten Folge konnten wir nochmal so in die Mitte der Folge spuren. Da gab es einen schönen Kill mit der Sniper. Halt die Schnauze. Da war er noch nicht mal ein braver Teammate. Da war er ein Spacho. An der Mitte. Das kann nicht sein, ey. Ich sehe auf der Map hier einfach nichts. Weiße Gegner auf weißem Grund. Mach mal Gamma an, ey. Gamma. Genau, stell mal Gamma ein bisschen höher. Siehst du mehr? Gamma, Gamma, Gamma. Ja, Leute. Gamma, 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 Gamma. Oh, war das echt nicht. Ich habe dich tatsächlich erst vor dem Tod gesehen. Ja. Das ist definitiv zu spät. Ja. Ja. Das ist einfach. Nice. Guckt euch dieses Aiming an, Jungs. Guckt es euch an. Ja, aber guckt es einfach an, wie ist der Aim. Ich sehe ihn nicht. Und jetzt einfach, boah, wie ist es drauf. Ja. Ja, da ist dann wieder der Aim-Bot am Start. Ja, natürlich. Warte mal, ganz kurz, warte mal. Ah, ah, ah. Ja, ja. Guck mal nach, wo die sind. Achtung, häusliche Vorräte. Ich denke, die Raschle... Ich spass irgendwann, hieß ich dir das nochmal vom Himmel runter, Alter. Viel Spaß damit, aber erst mal nicht. Erst mal habe ich einen Harry an Luftschlag gezogen. Oh, die Drohne hat aber einen schlechten Dienst gemacht. Ja, ich war's kalt, Bitch. Ja, aber ich hätte gerade Punkte gesehen. Ja, jetzt nicht mehr, weil wir jetzt... Ich... Ich... Äh, äh, Haus. Haus. Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt hier. Ich auch nicht. Bei A. Haus bei A. Jo. Ah, ja, ist klar. Ja. Nein. Super. Entschuldigung. Ja, genau. Sehr schön. Sehr erregst von dir, sehr gut. Darum, brumm, 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 brumm. Aber was denn? Leistung erregt mich. Ja. Du guckst dir einfach an. Ist scheiße geschossen. Boah, sag mal, bei mir leckt das so richtig hart. Echt? Ja, bei mir ist das nur in der Schau, in der Vor... Ja, in der Nachsicht. In der Nachsicht. Genau. Da reiß ich irgendwie am Hängen so ein bisschen. Tut mir leid, Leute, das liegt am Spion. Da bist du euch bei Activision, Blizzard. Ist echt so. Und einfach auf dem Captain seiner E-Mail, der nimmt auch gerne Beschwerden an. Ja. Das ist, ähm, luckynobs.gmail.com. Wir sind beide bei A. Bei A? Ja. Okay. Äh, bei B, Entschuldigung. Ja, ich kenn dich. Ja, guter Call. Ich hatte grad schon Schiss, ich hab ihm fast die Hose gemacht. Gut zu wissen, wo du bist. Das ist sehr schön. Oh Gott sei Dank, das ist ein Positionfachar. Auf dem Dach da hinten. Das stimmt, da hinten, der ist da hinten drin. LOL. Magst du Granaten? LOL. Mit Ansage. Mit Ansage. Und, wie kippt ich. Und wenn ich ihm eine Granate unter die Füße schmeiße, steht... Oh, WTF. Wo war der? Verhältnismäßig. Äh, was weiß ich. Meine Fresse. Links. Ja, ja, okay. Da drin. Trafo-Haus, das ne? Heißt Trafo-Haus, das da unten. Wir haben die Bombe. Also Winter ist keine Jahreszeit für mich. Ich bin froh, dass jetzt wieder Sommer am werden ist, ey. Oh ja, Alter, du hast ein Hammer hart auf dem Sommer. Muss ich nochmal zugeben. Ich konnte heute endlich das erste Mal wieder nur im T-Shirt und Sonnenbrille auf dem Longboard stehen, ja? Hallo? Es war ultra geil. Ich konnte heute mit T-Shirt und Sonnenbrille auf dem Auto fahren. Das war auch ziemlich nah. Ach, scheiße. Hätte ich noch warten müssen. Ja, genau. Hättest du noch... Idiot. Egal. Ich bin einfach zu gierig. Ich bin einfach raubt. Raubt. Lol, Alter, what the fuck. War ja gut gesehen, ne? Musst du mir einfach mal... Ja, ja. Das muss ich dir lassen. Da sind wir bei 4-0. Ja, sagst du 12-0 incoming? Schön, weh hast. Sag ich jetzt so ein bisschen... Boah, so ein 12-0, das glaub ich nicht. Doch, doch. Mit mir. Mit mir. Mit mir gibt's ein 12-0 hundertprozentig. Alles Quatsch. Da ist nicht so ne Frau und mach dich immer selber runter. Das ist echt so, du Pussy. Aber du bist trotzdem scheiße. Boah, da war ein Luftschlag. Oh, was? Nimm mal richtig. Oh, der heißt, das ist irgendwo auf der Linie. Zwischen A und Subface unten. Sonst hätte er jetzt einen Luftschlag nämlich nicht so knapp. Du musst so... Du musst so viel abdecken, ey. Hab ich mich verschaut. Wird sein können, dass dein Gegner sitzt. B ist safe. Ja. Man muss ja erst viel abdecken, das stimmt schon. Oh. Ich fühl mich fast wie ne Abdeckplaner. Ich kenn die Map schon nicht mehr, Alter. Oh, der Bautspiel. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Der kommt jetzt von hinten. Der sitzt an der Bombe. Ja, ich hab gerade zu dem Zeitpunkt tatsächlich nach hinten geschaut. Ich hab da nur noch neun Schuss. Die Waffe ist scheiße, ey. Ja, dann nimm mal ne andere. Dann nimm ne andere, genau. Ich hab's versaut. Alter, die Bobos, die hier immer nur ihre Waffen schippen, ey. Jetzt wird gefickt, ey. Wir hätten die lieber dir geben sollen. Alles dann. Hast du jetzt gerade gesagt, wo wir hingehen? Ja, ich hab gesagt, wir gehen da lang. Ja, ich hab gesagt, wir gehen da lang. Ich hab gesagt, wir gehen da lang. Ich hab nicht gesagt, wir gehen auf A oder B. Mitte sitzt da wie einer unten in dem Haus drin. Die sind beide bei A. Du hast ihn nicht gesehen? Ich hab ihn gesehen. Ich hab auf ihn geschossen. Loh, Mann! Was ein Wichser bist du denn? Mann! Mieser Lüx-Wixer! Glücksritter! Mann! Ey, ich wollte gerade voll geil haben, ey. Nice one! Ich wollte den miesen, miesesten Helder geben. Du sagst doch nicht mal, wo die Bahn. Ich würde mich aufregen, Alter. Ja, du sagst doch doch nicht mal, der sagt nix. Was? Ja! Keine Ahnung, Mann! Ja, das Ding! Ja, das Ding, ja! Haul, Bitch! Weil er wegen dir wieder so gestummen Guckum hat. Deswegen ist er eine Guckum. Oh, Mann! Muss er auf den Mund öffnen. So eine Wichse, ey! Du bist ja bewohnt von deiner Freundin. Guck mal, wie sie kein Eis kalt haben, die armen Säule. Hab ich auch nicht. Ja. Solltest du dir mal leisten. Nö. Stopping Power Pro besser. Wat? Ja, Stopping Power Pro. Oh, das ist schon richtig. Naja, Dings. Bin ich auf Englisch. Noch auf Deutsch. Achso, Feuerkraft oder so. Achso. Keine Ahnung. Oh, du musst ja kurz an der Nase jucken. Oha! Gut, dass sie nicht mit Facecam spielen. Das hättet ihr jetzt alle gesehen, wie ich mir an der Nase jucke. Boah, geil ey. Das macht uns ziemlich an. Ja, das war geil. Hätt ich auch gerne gesehen. Bei B. Ja. Ne, ne, das stimmt nicht. Lüge. Bei B. Von wo? Unten einer läuft auf B. Ja. Pass auf, trotzdem ist einer in dem scheiß Haus drin. Hä? Von wo? Ich hab doch erst mal drüber geaimt. War ja einer. Ja. Drüber geaimt, ne? Ja, natürlich. Ja, ich aim immer so die Ecken ab. Warte mal ganz kurz. Okay. Boah, meine Maus macht mich schon wieder nervös ohne Ende, ey. Ja, dass das deine Maus ist und du dich einfach so ein bisschen MS hast. Aber wie ich gesagt hab, ja, ich bin jetzt schlechter. Viel schlechter. Ne, das ist, äh... Wie heißt das nochmal hier? MB2. Okay. Oh, war denn da ist es? Okay. Safeplan B. Okay, Safeplan B. Und tot. Der ist gewesen, Alter. Ja, das... What? Ja, ich bin weg und bin noch geflasht, oder was? Ist klar. Oh, da kam doch die Granate. Alter, ich war selber im Flasht. Oh, Leuer, jetzt hab ich fast gekillt. Geht nicht, wenn die Szene vorbei ist, ist es vorbei. Keiße, den hättest du die Granate so getötet. Egal, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Da flog die Granate. Ich bin nicht stolz auf dich, du bist wie ein Sohn für mich, den ich nie hatte. Alles klar. Ja, ist auch so. Einfach stolz auf dich. Wollen wir mal sagen. Du bist stolz? Ich bin stolz auf dich. Ja, ich bin nicht... Ne, auf mich nicht. Auf ihn. Ach so. Er hat Leistung gezeigt. Leistung ist Leidenschaft. Der P hinten ist Steps, ne? Ja, ja. Steps. Steps, 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 Steps. Du siehst, wo ich hinschucke, ne? Der ist eh... Der ist eh... Gegenüber... Oh, 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 oh. Na, mir war schlecht. Das tut mir leid. Jetzt geht's dir. Alles zählen auf dich. Da, auf dem Gerüst ist einer. Irgendwo. Auf dem Gerüst? Genau das. Ja, das hast du da. Genau. Ja, da hab ich fest gehabt, dass ich mich nicht umdrehen konnte. Ja, da hab ich fest gehabt, dass ich mich nicht umdrehen konnte so schnell. Weil die Scheiß, wenn man so springt, kann man sich nämlich nicht schnell umdrehen. Der andere ist, wenn du jetzt da hinguckst. Da irgendwo war der. Ja. Im Haus. Genau da. So gute Vorarbeit gelöst. Jawohl! Hä? Leute! Wolle! Die Barrett war verboten! Oh, hä? Nein, wir hatten die Informations raus! Nein! Ich hab auch die Barrett rausgemacht! Ich hab die... Die 18! Genau! Hä, die spielt schon seit drei Runden hier, Mongos! Was? Was? What the fuck? Nein, das nicht! Aber nochmal was? Dann mach ich sie raus, aber... Ja, natürlich machst du die jetzt noch raus! Die Barrett war 100 pro drin! Ne, war sie nicht! Nein! Ich hab's gesagt, dass es raus ist! Und das dreimal! Oh, sind die Mongos! Gott sei Dank hat das sogar die Barrett gebrannt! Na, sei froh drüber! Naja, trotzdem hindert es nicht dran, dass ich damit jetzt gestorben bin, ne? Neu! Tempt! Bei mir, bei B! Ach, A meinte ich! Sorry! Ich weiß nicht, wo der war! Einer Mitte! Einer Mitte! Einer Mitte! Okay, dann... Du Freaker! Mann! Komm runter, ey! Ach, sorry! Ach ne, du bist weg! Ah! Sorry! Der ist voll gepasst irgendwie! Ah! Nein, der ist da drin! Nein! Der ist da drin! Stepp du nach hinten raus! Guck nach oben links! Oben links! Links! Wo ist links? Da! Rechts! Der ist wieder da drin! Der ist wieder da drin! Da! Ja, höher! Höher! Ja, oben! Da war er! Da war er! Hast du gesehen? Da war er! Du hast so die Position von ihm verraten! Ja! Ich hab nicht gewusst, wo der war! Dadurch, dass du das gesagt hast, das hast du so verraten! Du hast auch die Reaktionszeit von der toten Katze, Alter! Wichser! Ich hab wenigstens eine, ja? Im Gegensatz zu dir! Ah! Gott! Ich weiß! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Zwist! 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 Ja, also 21 und W2000 spielen, wenn ihr unbedingt nahe drinks! Jetzt schließe ich den Ozu-Main, also sag mir nichts über Reaktionszeit! Ja, aber der Zwist im Team ist immer so schön! Ja. 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 Nein! Oh! Nein! LOL! Was? Ich muss nichts mehr sagen. Ich muss nichts mehr sagen. Du bist den Mann schon angeschossen. Der hat den ge... Was hat ein Teamkill geschaut? Es ist kein Teamkill an. Ich hab den geholt. Nein, ich hab dafür auch 50... Achso, du hättest den 100% ge-team-killt, wer Teamkill an. Was ist übrigens in der nächste Runde gerne anwesend? Können wir machen. Teamkill finde ich nämlich total cool, ohne Spaß. Also nicht Teamkill an sich, sondern dass man das machen kann. Können wir gerne machen. Anwesend, dann bin ich erstmal tot, ey. Keine Ahnung, in der Mitte war glaube ich vielleicht. Ich glaube, die gehen zu B. Ja? Ich muss mehr reden in dem Spiel. Ja, oben, oben einer über B. Trafo. Ja, nein! Doch, da bist du ein Trafo, hast du tot? Da ist noch einer, über? Der mit seiner Noob-Aug, die keinen Rückschlag hat, Alter. Die hat Rückschlag, der Rückschlag. Nein, hat sie nicht. Oh, die hat keinen Rückschlag. Außer wenn ich ihr mit der halben Hand drücke, ist sie einfach so. Ah, schlag, die Rückschlag. Wo ist denn der letzte? Der steppt die hinten. Der steppt der Bär bei dem, aber was. Da steppst du, oder ist der das gewesen? Der ist stepper auch. Ne, der war das. Natürlich, kein einziges Mal getroffen. Diese Scheiße. Nein, hast du nicht. Da machen wir's depressiv. Die Mikrorückler sind so behindert. Wir sind da links weggegangen. Pst, ja, ich weiß, wer der ist. Ja, nach da ist er nämlich nicht hingegangen, richtig. Egal, ich spiele defensiv. Wehe, du machst das nicht. Oh, da hinten ist er. Leg dich hin! Wehe, du machst das jetzt! Nein, du, du! Oh! Lol! Alter, halt das Maul! Du hast ihn auch nicht gesehen, dass der da hingegangen ist. Ja, natürlich! Ja, klar! Du kannst das ja nicht, du Penner! Ach komm, halt doch deinen Maul! Ja, aber eine Oma hat Arthritis und die schießt besser als du. Das ist sehr schön, was ihr macht. Ich liebe euch. Ohne Witz, das ist ja nicht auf die Eier. Das ist ja nichts falsch, der Kollege. Der hat wahrscheinlich nur lieber eine Ansatzweise in der Killserie gemacht. Ja, ich auch nicht. Und? Ja, ich schaue. Bloß letzte Runde. Das ist sogar schon ein Luftschlag. Ein Luftschlag, Mann. Luftschlag? Hast du jetzt deinen Arsch geöffnet? Ja, das ist ja so. Hast du den Arsch aufgemacht? Jetzt hab ich mir meinen Monitor gerotzt. Moment mal. Ja, was ist denn jetzt? A oder B hier bei euch, Jungs? Hallo. Ich muss mal eben kurz wischen. Ja, wischen mal. Ich muss noch meinen Monitor wischen. Dankeschön. Leute, A oder B. Ich geh zu C. Ich geh zu C. Alles klar, dann geh ich auch mal auf Cs Platz. Ja. Ach, Cs? Alles klar, okay. Ja, warte, ich muss mal kurz. Jetzt quasi zwischen A und zwischen B auf der Höhe von A. Und Z. Z. Genau. Richtung Norden quasi. Ja, ja. Gegen Kathete. So sieht's aus. Gegen Kathete. Und dann habt ihr den goldenen Schlitt quasi. Genau. Dann hat er den goldenen Schlitt. Genau. Drück F, mein Freund. Und noch funktioniert es nicht. Da kommt einer. Der auf. Der auf und mach was. Du bitte was. Nein, oh mein Gott. Ich habe die Reine gezucht. Nein, oh mein Gott. Ich habe die Reine gezucht. Nein, oh mein Gott. Ich habe die Reine gezucht. Nein, oh mein Gott. Nein, oh mein Gott. Das hat Leo abgelenkt. Ja. Du hast mich tatsächlich abgelenkt. Mit deinen Legs. Das ist voll voll kommentiert. Mit deinem Teleportieren, Alter. 4-8, ey. Ist ja peinlich. Das sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht. Obwohl der Kill ziemlich insane war. Ey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ach, wie ich verteidigen hasse. Mit verteidigen sogar ist das dein Ding. ACR ist drin. ACR ist drin, okay. Oh, du leckst aber echt ganz schön. Ja. Deine Mami leckt. Ja, stimmt. Zwischen deinen Beinen. Nämlich da ist nur eine Vagina. Genau. Aber ich habe dich erkannt. Vagina gehört in Let's Play. Ich habe dich gerade noch gesehen, ja. Ja, es war aber zu spät. Ja. Ja, geh mal auf A rauf, oder was? Hab ich, ja. Geh mal auf A, würd ich sagen. Ja, würd ich auch sagen. Geh mal auf A. Umgekehrte Psychologie sage ich nur. Ja, das ist Physiologie funktioniert. Könnt ihr mal in die Fresse halten! Ja. B ist safe, gell. Weiß nicht. Hast du ihn gesehen? 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 Nee, war nur Spaß. Hab dich noch verarscht. Wollte mal so ein bisschen umtreten. Fick dich! Du hättest jetzt beide sehen können. Einen hast du auf jeden Fall gesehen. Richtig? Könnt ihr einfach nur die Schnauze halten. Er hat nur die Schnauze, ja. Okay. Er hat nur die Schnauze, ja. Jetzt mal hier rein. Deine Maus fragt, hör mir da rum. Wieso ist so ein Stück Scheiße? Ich hol dich jetzt mit dem Messer, du Wichster. Okay. Nee, warte, ich mach ne SEM-Tex. Oh. Ja, das passt. Das passt. Ja, es hat kein Kommando drin. Ich hab ein besseres. Ich kann nicht mehr. Ja, legst du Ritter! Und du lässt es reißen! Nein! Wir hoffen die... Ich hab mich gleich... Alles cool. Sorry. Ich hatte aber auch keine Munition mehr. Wie geil war das denn? Er kämpft sich verrecken, oder was? Ja, war ein Messer. Junge, ey, er hat einen Fracking raus. Dann wirfst du ihm den SEM-Tex unter die Beine, die überlebt. Dann denke ich dann auch... Ja, hab ich weggegeben. Ich hab auch gemessert. Ich hab sogar früher gemessert bei mir. Scheiße, näher's nicht. Doch, ich hab noch nicht so viel Glück mit meiner Leitung wie nur. Ja, haust Vorteil. Das hab ich nicht. Da sitzt einer bei B unten. Bei B unten in dem Gang. Den siehst du aber auch. Das regt mich jetzt auf, dass du den nicht gesehen hast. Leute, ich bin nicht mehr weggekommen, Alter. Hinter dir Trafenhaus! Die AUG ist so beschindert. Naja, die ist eigentlich... Beschindert. Die ist gar nicht so easy zu spielen, sogar. Aber die ist sogar relativ viel sprayed. Also die ist gar nicht so stark. Sind sie allein, ne? Ne, ich leb da auch noch. Siehst du noch. Der steppt hier oben oben. Ja, ich weiß. Das ist doch Trafenhaus. Weißt du ja gar nicht? Das seid ihr, die am Steppen sind. Ihr Schwabsten. Echt mal. Da soll ich die ganze Zeit steppen und ich bin hier gegrowscht. Ihr steppt, nicht ich. Der sitzt bei Trafenhaus immer noch oben drin. Aber die Granate wird stirbt, ne? Oh mein Gott. Der ist gut, Mungo. Na? Schon mal was von Mugen gehört? Ja. Man kann sich wirklich von A nach B bewegen. Nein. Nein. Das ist nicht möglich. Weil man hier A und B hat. Oh. Dann hätte ich dich gefickt, wenn du den nicht getroffen hättest. Na, ich hab erst überlegt. Schön hart in dein trockenes Loch. Dann dreht er sich so um. Dann macht er noch so einen Glücksschiff durch deine Waffe. Ja, okay. Das Rad dreht sich einfach überhaupt nicht. Das Rad dreht sich nicht? Was denn das für ein Scheiß? Ja. Das Rad dreht sich nicht. Ja. Ja, das Rad von der... Von der... Wenn du schießt, dreht sich das mal. Voll unrealistisch. Na, na, na. Ja! Spacko. Da war die Mini-Jusi. Sag doch mal an, wo er war. Mensch. Äh, A weiß. Der war bei A, genau. Der sitzt hinten, weil... Ja. Loll, genau. Da stand es dich bei mir. Hast du überlaufen, ne? Super. Ja. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Ich weiß. Ja, wohl mit der PP2000-Arcade-Wochen. Ach, der Nobel war's ja nur noch mal scheiße. Hätt hier auf dem See was spielen können. Ja, das stimmt allerdings. Dann hätt ich eigentlich auch mal ne Messer ziehen können. Darum laufen können. Komm, wir holen einfach mal die letzte Runde das raus und dann passt das. Der kommt. Der ist schon ziemlich nice. Dann hol das mal raus. Zu spät. Achso, ich hab grad schon extra einen Raketenwerfer ausgerüstet, damit ich die Drohne wegwegfegen kann. Ich hab ja nicht gesagt, dass ich äh, was habe davon. Ich mein einfach... Ja, hätt ich mich auch stark gewundert, wenn du was davon hättest. Wusste gar nicht, dass man für Todesserie schon das Belohnung kriegt. Außer diese komischen Pillen und so ne Klange. anzupacken. Tja, das kann man noch mehr nehmen. Der sitzt jetzt bei Trafos. Beim Transformator häuschen sitzt der drin. Er spielt halt gerne mit Trafos. Aber ist der da hinten drin? Alter, ich hasse dieses Thema. Was? Trauversuchung von Easy? Du bist allein, ne? Ja, genau. Er lebt noch. Ja, bei meinem übermäßigen Einsatz von Sprengen. Der ist geflasht, der ist da oben drin. Ja, konnte ich nichts sehen. Ja, alles gut. War doch nur ne... Das war Rasur hoch 10. Thresche Runde. War mal ein bisschen ruhiger. Bis auf die paar Runden. Bis auf zwei, drei Runden war es ruhiger, ja. Bis auf zwei, drei Runden war es ruhiger. Ich hab mehr Punkte als alle anderen zusammen. 19,6. Ja, okay. Hast gut gespielt, Josh. Ich bin froh auf dich. Ich bin stolz mit dir. Diese Ironie, ne? Das macht man sofort, ja. Ich bin stolz auf dich. Du hast sechs Kills gemacht, du Ficker. So sieht's aus. Lasst mal ein Feedback da. Schaut bei den anderen Leuten rein. Schaut bei den anderen rein. Schaut rein. Viel Spaß. Tschüss. Ciao. 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 Abracovista. Vielen Dank.